Hi Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jekos Backstube. Wir machen heute diesen Schafskäse hier in Nussgruste. Dazu habe ich noch etwas Linsen und Preiselbeeren. Und wie das Ganze funktioniert, seht ihr wie immer nach dem Intro. Hier sind nochmal die Zutaten. Wir brauchen dazu natürlich den Schafskäse, ein Ei und etwas Studentenfutter. Ich gebe hier zuerst mal das Ei in eine Schüssel. Dann das Studentenfutter auf einen Teller. Hier sind ja verschiedene Nüsse und Rosinen drin. Einfach mal alles drauf geben. Die Rosinen brauchen wir allerdings nicht, die tue ich mal aussortieren. Wir brauchen hier eigentlich nur den Nussmix. Wer verschiedene Nüsse daheim hat, kann die auch gleich nehmen. Hier haben wir das Ganze mal. Das sind jetzt Mandeln, Erdnüsse, Cashewkerne und so weiter drin. Das gebe ich mal hier in diesen Häcksler. Das ist von meinem Zauberstab, so unser kleinerer. Da gebe ich jetzt mal hier ein paar Nüsse rein. Das funktioniert echt gut, das seht ihr ja gleich. Dann habe ich hier den Deckel drauf. Ich gebe mit meinem Zauberstab da rein. Einmal einschalten. Ungefähr so, jawohl. Von der Seite schaut es so aus. Dann lasse ich das immer wieder ein paar Sekunden drehen. Also das dauert wirklich nicht lang. Und dann sind die Nüsse auch schon gemahlen. Je nachdem wie lange ihr mahlt, umso feiner werden die. Ich mache das nicht ganz so lang, denn ein paar grobe Stücke möchte ich ja noch haben. Schaut jetzt am Ende hier so aus. Wunderbar. Ich gebe das mal auf einen Teller. Da drin werden wir dann auch den Käse panieren. Jawohl. Noch schön ausklopfen. Schauen, dass nicht ganz große Stücke drin sind. Hier ist eins. Das esse ich mal so. Dann komme ich mal wieder zu meinem Ei. Gebe noch etwas Salz und Pfeffer darauf. Dann vermixe ich das mal gut, damit es auch gleichmäßig wird. Dann machen wir uns mal in den Schafskäse. Den gebe ich mal hier auf einen Teller. Dann schneide ich den mal mit dem Messer durch. Einfach halbieren, damit ich zwei schöne große Scheiben habe. Jawohl. Dann panieren wir den. Zuerst in das Ei. Ich denke, das bringt jeder hin. Das ist jetzt nicht so schwierig. Ein paar Mal drin wenden, damit überall Ei dran haftet. Und dann in diesen Nussmix andrücken. Nochmal wenden. Ich tue mal hier die Ränder noch etwas machen. Dann drehe ich das nochmal und schaue wirklich, damit auch alles schön bedeckt ist. Denn wir wollen eine schöne Panade haben. Der erste Schafskäse ist hier jetzt auch schon fertig paniert. Schaut so aus. Macht sich bisher echt super. Ich ziehe jetzt mal hier noch den zweiten durch. Also wieder schnell in das Ei. Ein paar Mal wenden. Und dann wieder in den Erdnussmix. Und wieder schauen, dass alles gut angedrückt ist. Die Ränder. Ihr könnt auch von jeder Seite mal extra reindrücken. Schaut am Ende hier bei mir so aus. Bin ich schon mal sehr zufrieden mit. Ist schön gleichmäßig. Und das Ganze hält auch gut. Dann habe ich hier mal eine Pfanne erhitzt. Ich habe hier Stufe 7 von 9 genommen. Die ist schön warm. Ich habe etwas Öl rein. Dann gebe ich mal hier den Schafskäse bzw. gleich beide rein. Und lasse das mal drei Minuten brutzeln. Bitte in der Zeit nicht umdrehen. Nicht, dass sich die Panade noch unnötig löst. Also wirklich abwarten, bis die drei Minuten rum sind. Dann gehe ich mal hier schnell runter. Wende es mal um. Und ihr seht schon, das hat super funktioniert. Die Panade ist schön kross und haftet auch schön dran. Nach weiteren drei Minuten entnehme ich das Ganze wieder. Jawohl. Und dazu gibt es bei mir jetzt hier mal Linsen und noch etwas Breiselbeeren. Was ihr allerdings dazu macht, ist natürlich euch überlassen. Ihr könnt euch genauso gut etwas Weißbrot aufschneiden, Reis oder Kartoffeln machen oder was auch immer. Da bei mir aber mal wieder Linsen an der Reihe waren, habe ich Linsen dazu gemacht. Schauen wir uns hier nochmal die Panade an. Man sieht schön, wie die schön dran haftet. Schön kross und braun ist. Man sieht auch noch die unterschiedlich großen Nussstückchen. Also das macht einen echt schönen Eindruck. Dann probiere ich das auch mal. Jawohl. Super. Die Panade hält immer noch. Ich bin also top zufrieden damit. Und es schmeckt auch noch gut. Wer also mal eine etwas andere Panade will, der kann das gerne mehr ausprobieren. Ich hoffe mal euch hat es jetzt gefallen. Ihr könnt mir gerne noch ein Abo oder einen Daumen da lassen. Zudem wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß beim Nachmachen. Und dann bis zum nächsten Mal.